Liebe CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, vom Landessportbund und auch von mir persönlich die herzlichen Glückwünsche zum 30-jährigen Bestehen Ihrer Fraktion. Wir bedanken uns an der Stelle sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 30 Jahren und wünschen uns natürlich für die nächsten 30 Jahre ebenso intensive und gute Zusammenarbeit mit Ihrer Fraktion im Landtag. Einen schönen Tag!